Oh, die Armsten sind sie betäubt. Ich werde nur sehen, ob es funktioniert. Ach, das wollte ich jetzt nicht sehen. Das würde ich haben. Elfenohren, mhm. Eine Terrons-Actionfigur. Im Spiel sind 30 Chin-Pokemons versteckt. Ja, Level 3. Mongolisches Rindfleisch gibt er uns, um Gegner zu verprügeln. Miniaturgong. Home, yeah, Mr. Kim. So, Fähigkeiten. Wir haben jetzt eine Aufwertung wieder. Was macht unser David? Verringert den Angriff deiner Feinde und verhindert den Einsatz ihrer Fähigkeiten. Erhöht den Schaden deiner Yun-Yitsu-Angriff. Kann ich auch mal benutzen. So, wir haben noch einen verfügbaren Punkt. Achso, die sind noch nicht erforscht oder sowas. Du musst weniger schauen, wenn du schwer verletzt bist. Wirkt mehr Schaden bei betäubten Zielen. Deine Angriffe mit Nahkampfwaffen fügen zusätzlichen Schaden zu. Boah, du hüllst 2 MP, wenn du was futterst. Das ist doch nicht schlecht. Hier drin darf man ja leider nicht kämpfen. Jimbos Guns, na bitte. Jimbos Guns, na bitte. Well, hello there, Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance! You've come out of there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats. But, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of the hunter's guide to South Park Wildlife. This book thingy here. Okay. So, wir verkaufen erstmal den ganzen Kram, den wir eingesackt haben. Waschbärposter. Dildo. Schwarzer Dildo. Lila Leidenschaft. Dildo. Hasendildo. Eine Crackpfeife. Antonio Banderas Liebespuppe. Der Milchmann. Päckchen mit Urzeitkrebsen. Schamhaare. So 5 Cent für oder was auch immer. Ja, 5 Cent. Zecknulltes Papier auch 5 Cent. Was ein Chicory Heart Tampon. Aids. Inspektor Butters Abzeichen. Die Kacke, die gepinkelt hat. USB Sticks. Löffel, Gabeln. Alles weg. Spielzeug Trucks. Mahalo Belohnungskarte. DMV Literatur. Hawaiianischer Ausweis. Rosinenmädchenbild. Steppschuhe. Schraubenzieher. Perüttes Action Rad. Ich könnte auch einfach den hier machen. Stapel verkaufen. Stapel verkaufen. Stapel verkaufen. Ein Mikroschip. Videospiel. Papprolle. Terrorins Actionfigur. Das es dafür nur 30 Cent gibt. Was soll denn das hier? Tautropfen Funkelsticker. Spielzeugpferd. Leine in Jungengröße. Zerknüllte Laternen. St. Petrus. Der Hase. Penisfantombild. Randys Strafbescheid wegen Alkohol am Steuer. Polettenpapier. Zwei Bleistöpfe. Zwei Bleistöpfe. Afghanische Z... Große Mamba Kondome. Mini Winni Kondome. Feuerescher Poster. Phil Collins Oscar. So zerspitterter Pfeil. Gestreifte. So alte Schwamm. Kleines Medaillon. Sicherheitsschere. Der mexikanische Glotzfrosch. Benutztes Feuerwerk. Und alte Krummsäbel haben wir auch noch. Kaufen Waffen. Okay, das kann man noch nicht machen. Ausrüstung. Gasmaske. Kostüm Flicken. Schwert und Schild. Verschiedenes. Was hast du nur? Das Wildleben von South Park. Nehme ich mal mit. Du töst irgendwas von diesem Geist. Du kommst zurück und siehst, old Jimbo und Ned. Die beste Teil des Hütten ist, es zu anderen Hüttern zu schreien. So, Großwildjagd mit Jimbo. Modriges Würstchen. Besiege den kanalisch bildenden Spinne. Besiege die Mutantenbakterie. Besiege den blutsaugenden Flughund. Und besiege die Penismaus und eine Farmkuh. Und den tollwütigen Schrottplatzhund. Okay. Skita Spa. Wer? Was? Hey. Ich glaube, ich habe es ein bisschen schwer in den Bar am Morgen. Danke für mich aufwachen, Kind. Du bist auf Facebook? Ach, so leicht ist es schon Freundin jetzt auf Facebook zu finden. So, haben wir mal schnell Kennys Vater geaddet. Mr. Cormick. So, gehen wir mal in die Cocktailbar von Skita. Ach, so. Oh, da ist ein schön Pokémon da hinten. Is間enbakter. Jalaran. Macafer. Mittena. arden. Dungeon-Dweller, dann gehen wir die Ratten aus meinem Basement. Nun, was hast du erwartet? Mach fucking haste! Okay, Kellerschüssel. Warum kann ich das nicht mitnehmen hier? Ach, das ist sogar... Was ist das? Papad Blue Reborn. Hm, was auch immer. Na dann einmal ab in den Keller. Oh, Ratten. Große Ratten sogar. Verdammt, die haben den ersten Schlag gemacht, die Ratten. Ich hoffe, wir werden nicht in Probleme damit. Hey, ich habe es geschafft. Oh, die Fursachen. Ganz guten Schaden. So, die Monsterratte 55 hat die... ...und die kleinen Ratten. So, wir machen 84 Schaden. Durchs Level ab jetzt. Hm, du futterst erstmal was. Fähigkeit! Hammerwurf! Fähigkeit! Oh, ich bin entschuldigung. Fähigkeit! So, jetzt machen wir die Plattier. Ne, noch hat er nicht genug Mana, um zwei Angriffe zu machen. Okay. Okay. Ja, Mann. Wir sind gut. Gut. g Das war's für heute. Oh, die sehen aus wie kleine Kackhaufen, die braunen Ratten. So, die Ratte kann ja nichts mehr machen. Von daher, Bogen rausgeholt. Hups. 12 EP, 8, wir haben ja noch den Bogen, den mongolischen. Fellbüschel, was haben wir hier noch? 80 Jahre Actionheld Perücke, Bob Perücke, Dutt, Langhaar. Was, wenn wir einfach Freunde machen? Ah, na toll, da haben sie noch Kumpels herangeholt. So, ich probiere den einfach mal aus hier. Was machen Sie mal? Ich klicke schnell mit der linken Maustaste, um meinen heiligen Zaun zu empfesseln. Um meinen heiligen Zaun zu empfesseln. Was? Achso, achso, wir müssen einfach nur... Aha, okay, jetzt habe ich die Fähigkeit verstanden. Angewidert, nein! So... Ähm, wir machen mal eine heilende Berührung. Und weg mit dem Vieh, genau. Und weg mit dem Vieh, genau. Ich klicke schnell mit der linken Maustaste, um den heiligen Zaun zu empfesseln, okay. Ohohohoho, geile Scheiße. Komm ich irgendwie ran an die Riste da hinten? Ja, Wiederbelebungsstrang. Meteorsiegel, jawoll. Was auch immer das ist. Wir nehmen uns einfach mit. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Huuu, das war mal ein schöner Tritt in die Eier. Oh, die ist schon tot. Na, bitte. So, alle Ratten tot. Hm, im Keller scheint es ja nicht mehr viel zu geben. Moment, da ist noch ein Wisch-Mob, so ein Wischdinger. Weg mit euch, ihr Fässer. Können wir da noch was mitnehmen? Nein. So, wir haben heldenhaft die Ratten getötet. Gut, dann gehen wir mal zurück zu Skeeter. Damn, if you ain't a noble knight after all. Alright, kid, here you go.